Hallöcher liebe Leute, willkommen zu dieser wunderschöne Stunde Trouble in Terrorist Town. Heute wieder mit einer ganz exquisiten Runde und zwar mit Grenz, Da hat Krabs, Gorobai, Maxi, bitte Ruhe, Kapuze, Raphias, Heuchy, Dadosch, Lobius, Anne und Mr. Agapi. Da du der Schlechteste bist. Nein, du stehst immer ganz unten in der Liste. Weil du dich überwiesen hast. Nach Beliebtheit, Publikumsbeliebtheit sortiert. Abos, nach Abos wird die Liste sortiert. Hier ist ne Tür mit Klick. Die Leute mit Traitorpass werden zuerst genannt. Wollte eigentlich sagen Hallo, Jungs. Krabs, wie bist du da raufgekommen? Ganz gut. Wie? Wie bist du da raufgekommen? Ganz gut. Was? Was macht ihr denn da? Du bist so ein Ass. Ja. Dadoschka. Könntest du einfach nicht schubsen. Kapuze auf die Knie. Könntest du einfach leben. Du hast ne Rache-Kill verdient, Dadosch. Agapi, Traitor. Kapuze. Oh Gott. Ich hab Agapi getötet. Er hat Gwen's getötet. Er hat Traitor-mäßige Sachen gemacht. Er hat eine Sword-Off gehabt. Er hat eine Sword-Off gehabt. Ich hab auf Agapi geschossen. Ich hab auf Agapi geschossen. Also eigentlich hab nur ich auf Agapi geschossen. Meine Frau hat auch auf Agapi geschossen. Hat überhaupt jemand auf Agapi geschossen? Ich hab auf Agapi geschossen. Agapi geschossen. Agapi geschossen. Wer ist Agapi? Dadosch. Dadosch, Dadosch. Was machst du da? Können wir uns bitte angewöhnen, den Finest German-LP zu nennen? Ich hab einen Fehler gemacht. Finest German-LP. Finest German-LP-Mars. Nochmal. Weil, wenn der Name abgebrochen wird, ist Dado-Card weniger in Gefahr. Kann man da wieder zurückbringen? Können wir bitte Grants irgendwie anders nennen? Du kannst nicht ausweichen. Was ist hier denn für ein Drahtzeilen? Ist hier eine Slackline? Eine Slackline? Was macht ihr beiden denn da oben? Ich hab einen Fehler gemacht. Eindeutig bessere Orte für ein erstes Date, ne? Ich glaube auch, dann soll ich dich shopsen. Töte ihn, Anne. Töte ihn! Lass mich runter! Spring nicht! Anne soll ich die lieber runter. Das ist Deceptive-Befehl. Nein! Oaah! Crabz träuft mir nicht. laser-gleich. Ich möchte Nils töten. Nils hat auf mich geschossen, darf ich Nils töten? Nobius! Darf ich Nils mit der Brandgranate töten? Der Brandgranate! Darf ich Nils mit Magnetostick töten? Darf ich Nils mit Magnetostick töten? Ein Stick! Oh, ich hab sie gut über das Dach gebucht! So, Nobius! Ich möchte Nils propkillen. Wieso, wo kommt denn die Flamme her? Dadurch hat jemand umgebracht mit den Flammen. Guck mal, das sind so einfach. Ja, mit den Flammen hier unten. Da hast du gerade jemanden umgebracht. Nilo! Das kann man ganz einfach machen, indem man erst... Wer hat denn Nils mit Disco? Wer hat denn Nils gezogen? Dadurch hat die Nate aufs Dach geworfen, glaube ich. Ich hab die Flamme bis da unten hinbekommen. Komm mal, Nils fährt jetzt Auto. Toll, Dadurchker. Warum sagst du nicht mehr? Ich hab nicht zu Nils, Dadurchker. Nils hängt gerade im Auto fest. Ist er so? Ich möchte mich runter. Nee, nee. Ich war einfach auf dem Taubo gerade von Dadosch oder so. Anne, das ist echt gefährlich gerade. Wolltest du mich gerade runter schumpfen? Wo ist ein Agapis Leiche? Nein, wollte ich gar nicht. Leute, wo ist Agapis Leiche? Warte, wo ist Agapis Leiche? Ja, ich antworte dir noch an, bei Grants an der Leiche. Ja, aber wo ist Grants Leiche? Ganz hinten in der Ecke. Call doch den Detective. Hab ich schon gemacht, aber ist ja keiner hingegangen. Ich seh das nicht. Wow, Freestyle. What the fuck? Freestyle. Ey, Kaputze, hör auf damit. Wieso nicht? Weißt du mich nicht, Lobby? Was ist denn heute? Ich hab mir mega los, ey. Ich möchte Detective-Schutz, darf ich? Scheiße, war das ein Traitor? Ich hab dein Messer gekriegt. Der hat gerade verblenden, dass das ein Traitor war. Dankeschön. Weil einer gerade ein Spiel gestartet hat. Rochi. Detective! Ich krieg die ganze Zeit Mini-Disconnects. Das ist irgendwie unspielbar. Anne! Ja? Wo bist du? Nein, Fahrrad's nicht. Dalo hat gerade Rochi gespielt. Mitte auf die Straße. Mitte auf die Straße. Belebt den wieder. Nee, du darfst nicht, du darfst nicht. Hey, Lobbyos. Anne. Belebt den wieder. Wo denn, was denn, wie denn, hä? Wiederbeleben. Das war keine Ablenkung von mir. Ich hab damit nichts unter. Aber das war doch so schön. Das war perfektes Teamplay. Ich. Oh Gott. Ich versteh's nicht. Wie kann mich Rochi bedenken? Warum sollte Rochi eigentlich wiederblebt werden? Äh. Weil ich Rochi getötet habe. Warum knüppelst du meine Leiche? Du konntest mit der Hals halt endlich töten, musst mich jetzt hier töten. Das war easy. Ich hätte nicht meinen Haaren zu entzünden können, aber du hast so geschrien, hab ich aufgehört. Rochi, warum musst du eine MP-Win-Ein-Ein-Ein-Ein-Ein-Ein-Ein-Ein-Ein-Ein-Ein-Ein-Ein-Ein-Ein-Ein-Ein-Ein-Ein? Das hab ich gewonnen. Wie ist die so stark? Im Ankampf ja, aber fernkampf ist die richtig krank. Wenn ich tot bin, ist es Dadoschka. Ich werf dir die Plasma noch an die Backe. Ich hab' den nicht im Haus ausgemacht. Okay, gut, gut. Gut, gut, gut. Headshot! Feuer, TNN. Das Headshot bei der Melodie! Bei der P-P-P-P. Der hat auf mich gesnipert gerade. Hau! Du häng mich dagegen, Leute! Halt es auf! 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 Worum hat er das Gefühl, er sterb gleich einfach? Ich erwarte ihn nicht sterben, ich komme ein bisschen rund. Da, was? Hier oben ist hell. Ich bin über der Dunkelheit. Guck, wo ist es? Es ist dunkel. Du hast ein Licht. Wenn man Nils am Schießen in den Zaun. War auch ein Hattes. Es ist kaputt. Ich hab ihn gefeuert. So dass der Stuhl mich festgehalten hat. Hast du eine Shotgun irgendwie gefeuert? Nein. Da ist einer gestorben, oder? Ja, das war hier der Knopf. Hier ist eine Leiche. Goro, Horki. Es ist dunkel. Horki, bleib stehen. Du bist es, Horki. Goro ist es. Kapuze hat Goro geschnitten, er ist tot. Ja, Kapuze schreit immer gleich. Ich weiß nicht, töt ihn einfach. Hey, wer schießt auf mich? Ne, wie lebst du noch? Sag ich doch. Kapuze Goro schrinkt, Kapuze ist tot. Let's Goro tot. Der ist tot. Guckt euch hin an, wie er sich hier bewegt. Mh. Mh. Da, hallo? Was ist denn hier passiert? Grant ist traitor, er hat alle gesnipert hier im Raum. Nein. Doch, 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 doch. Er schießt mich doch. Aber wo ist der Grant? Im Haus. Im Haus hier drüben. Da, was man jetzt aufschlagen muss. Oh Gott. Oh Gott. Ich muss erst mal mehr raus. Lol. Was nie passiert, wärs nie alles tot. Anna? Tatoch? Tatoch. Mh. 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 Hui. Ach, achievement unlocked! Archive ist aner Ecke, haben wir ja dreimal verfehlt. What the fuck! Und wie kommt der nicht mehr raus? Du bist traitor scheinbar. Du kommst hier nicht mehr raus. Hi! Das war jetzt nur ein Aufmerksamkeit. Oh, Nephi ist es! Okay, ich hoffe, ich habe nicht auf dich geschossen. Ich hoffe, ich habe dich nicht getroffen oder so. Nee, ne, hast du nicht. Parentshi ist es Nephi wahrscheinlich, wenn ich sterb. Einfach nur ein Penner, der Typ. Ich hoffe, ich habe dich getroffen. Ne, also wirklich, ok Krenz, wo bist du? Au, da bist du! Ist Grinz jetzt, oder? Das klingt fast so irgendwo, ne? Ja, du bist auf jeden Fall gut gemordet, da ist Totakuro bei, da ist... Sag mal, was ist das denn? Wird jetzt wieder hell! Ist da in einem stehen gestorben? Die Musik gerade, ich war gerade so ein bisschen verwehrt! Habt ihr den Film nie gesehen? Doch, aber ist lange her! Grenz jetzt tot? Hat Horki jetzt Grenz abgeschossen, oder hat Horki Grenz abgeschossen? Das ist natürlich eine Frage! Grenz ist tot! Dann ist Horki später! Da ist, glaub ich, Good Gaming dahin gegangen, jetzt nehm ich ne Sniper! Good Gaming auch! Ne, Good Gaming ist tot jetzt, aber müsste tot sein! Ja, das klang fast so! Echt schön können, dass Grenz aus dem Fenster geschossen hat! What? Da war der Laser! Der Laser? Was für ein... Oh Gott! Ach, der Laser! Ach, deswegen hab ich... Aber irgendwie, weil... Ich hab, ich hab vier Schaden gekriegt dadurch anscheinend! Dass er direkt auf mich gezielt hat! Der muss unten in dem Haus sein, jetzt unter dir! Unter mir? Er ist, er ist... Das ist die einzige Position, von wo aus er das da so zielen kann! Zwischen uns ist er im Haus! Echt? Ja, da kam der Laser raus! Okay! Mikrofon muted! Ah! Mikrofon activated! Wie viel Zeit hat er noch? Guck mal, Haze Mode ist schon an! Mikrofon muted! Mikrofon activated! Ich! Wenn nur noch ihr beiden redet, dachte ich jetzt grad, ich hätte sie wieder... Grenz! Wo bist du? Ach ne, Grenz ist tot, oder? Oder Heuchy halt! Grenz ist tot! Wo sind denn... Wo sind denn Guru und äh... Mr. Agibum? Ne, gleich wahrscheinlich wieder, weil er ja die mitgenommen hat. Ah... Ne, ich glaub, er kann... Er hat keine Credits mehr! Ich bitte dich! Bin er genug abgeschossen, oder? Schon? Hast du ein Radar detectiert? Ja, deswegen frage ich ja noch, wo die Traitor-Likes sind! Das hier auch immer euer Geld, eure Punkte für so einen Mumpitz ausgebt. Erstmal ey, immer nur fürs Vergnügen, ey. Es ist halt lustiger hier unten rum zu fliegen, so. Huiii! Oh Gott! Was? Oh ne? Ahhhh! Da ist Nephias! Da ist Nephias! Ist Nephias Traitor? Nein! Ich kann's weder confirm, noch äh... Ich such doch selber den Traitor. Es tut mir leid, dass du für die Zuschauer grad recht langweilig jetzt... Übrigens hat Magneto-Stick-Use, ne? Mikrofon muted. Mikrofon activated. Boah, ich komm doch mal raus, oder so. Oder mach mal irgendwas. Er nehmt grad Goro wieder. Hoffentlich hat er ihn weit genug weggetragen. Bro, wer kommt denn da? Wer ist denn hier hinten? Lobios? Lobios? Endlich! Wolltest du die Zeit aussitzen, oder was? Ja, was wolltest du? Er hängt in der Ecke fest. Er hängt in der Ecke fest. Achso! Ich hätte jetzt gedacht, er hustet wegen Magneto-Stick, dass er jetzt wieder drin ist. Hatte das Hunter gewesen, wenn du es einfach gesagt hättest? Ich hänge fest! Ich hab gar nichts gemacht! Kutze ist runtergefallen und darum bin ich gestorben. Was riss? Ist er auf mich raufgefallen, oder was? Ich bin gestorben, weil Nefi mich auf 10 runtergeschossen hat. Es tut mir leid. Ich hab auf die Fenster geschossen, weil du standst da wie so... Hab nur gespannter. Wie ist eigentlich die G3 SG1 dieser Autosnap? Ist die gut? Nee. G3 SG9 ist super. Gib die mir lieber. Gib die mir. Wenn ich es werde, tu ich Goro. Nefi kann gucken. Das ist Kapuze für die Waffe. Quatsch! 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 Das ging schnell. Abgeknallt! Wo ist der Crab? Die wackert bei dir auf dem Dach und geht es runter. Ja, er ist schon tot. Magoro auch. Wow! Haha, ich häng die beide hier auf. Oh, kann ich nicht. Hab ich nie eingestellt. Ich hab bitte auf ihn geschossen, Crabz. Doch, das geht. Ne, warne dich doch. Ah, ja genau. Ich hätte dich doch längst... Wooh! Du machst Action. Jetzt noch das Bein anheben. Woah, guck mal hier! Die neue Position. Oh, geil! Ist das die Kamasuna-Stellung, die du hier gemastelt hast? Warte, sie hängt gehängt. Oh! Ich schaff's! Ich will das Grundstück betrachtigen. Du musst auch noch hier ein Bein heben. Oh, so kauf! Nein. Hier hängt zu wenig Licht. Wir haben jetzt zu wenig Licht, Meister. Ihr dürft die Leichen auch wiederbeleben, ne? Das war nur so zur Info. Das ist... Achtung! Der Adosh! Willst du einen Traitor wieder beleben? Wer ist von dir? Das sind doch... Grant ist doch kein... Wieso wurde Grant nicht als Traitor angezeigt? Also einer... Ja genau. Ich hab die beiden grad identifiziert. Aber irgendwie hat er das auch nicht angezeigt. Lobis hat auf mich geschossen. Boah, er ist Traitor. Steht drin. Lobis hat auf mich geschossen gerade. Echt? Ja! Nefi, wenn er lebt, weiß ich Bescheid, dass du das machst, ne? Wenn er lebt, weiß ich Bescheid, dass du das machst, ne? Wenn er lebt, weiß ich Bescheid, dass du es machst, ne? Ich hab ihn nur erschossen, ne? Warum hast du geschossen? Gott. Guck mal, da geht die Welt gerade unter. Die klappt über. Die klappt über. Gut Gaming gruppiert Kapuze. Was? Inwiefern? Das hab ich... Das ist ja wohl Quatsch. Kapuze macht die Staros-Melodie. Ich mach immer die Inception-Melodie. Lobis ist es? Lobis ist es? Das ist nur mal dieselbe Melodie an der Stelle. Ach, die Decke geht schon wieder runter, ey. Oh, der ist stockfinster. Pass auf, ich werd ne Disco. Ne Waffe, da, du. Ne, ja, au, geht so, ne? Ja, deswegen. Die ist super scheiße. Der Horchi hier. Wow, Horchi? Wolltest du nicht aufschieben? WTF? Ja, wenn du kein Goodie aufschießt, warte. Hier guckst du ja an. Musst du E draufdrücken. Ach so, ja, das ist kommentiert. Ich hab doch grad die Leiche identifiziert. Ja, weil du sie beide getötet hast. Ja, sorry, ich bin dumm. Horchi ist im Gully verschwunden. Er ist Kanalarbeiter geworden. Er hat grad zwei Leiche identifiziert und nix gesagt. Ein Krokodil. Ich hab sie doch identifiziert. Das ist ja New York, oder was? Jaja, eben. Das war dein Fehler, jetzt hab ich dich hier klar. Da ist es! Da ist es, okay. Der kann doch kein Typ mit der Augen. Den such ich jetzt und der kriegt nen Deagle-Headshot. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der, 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 der. Der ist Jahrhundert. Der ist Jahrhundert. Große Worte. Oh, sorry. Das war nicht der Alu. Hast du Pass? Hast du grad auf mich gekriegt? Er war ja rein im Deagle-Headshot gekriegt. Er hat neben mich geschockt. Boah. Eine Leiche. Hier unten ist es ziemlich öde. Dario jetzt frei zum Abschluss. Ohhhh! Good Gaming! Wer kassierte den Headshot? Ohhhh. Okay, Dario ist dafür normaler. Das heißt ja irgendwas. Good Gaming, naja. Vielleicht morgen. Anne! Ja? Ist da eine Runde gewesen, mein Freund. Haben wir noch mehr Leichen hier? Ich hab mich verlaufen. Nee, das waren die zwei. Aber ich hab übrigens den Grappling-Hoch vom Detectives aufgenommen. Grants ist der andere. Beziehungsweise... Ich weiß nicht, das... Kann ja gar nicht Grants gewesen sein, denn es ist Dario. Muss ein Doppelgänger sein, ja. Ich bin als Grants getan und irgendein Inno als mich. Ja, ist ja toll. Also in Inno dann... Hast du gerade wieder geschossen, Taro? Inno als. Okay. Da liegt ne Leiche hinter dir. Scheiße. Achso, er hat Grants wiederbelebt. Ich hab ihn geduldet. Nein, ich war das. Entschuldigung. Wie toll der in der Luft fliegt. Ja, ich hab ihn geschossen. Von oben. Von wo? Von oben! Seht ihr ihn? Was mit euch? Fuck, der sitzt auf dem Dach und snipert runter. Das frech, ne? Das ist ganz schön frech, ey. Geht's doch noch, Craps. MacFly! 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 Du warst schon dreimal tot! Lass ihn mir! Tadaaa! Boom! Boom! Ah, du hast auch nen Vogel! Komm! Wo? Ey, ey, ey! Bitte komm! Ey, ich weiß nicht von wo! Scheiße! Hinter dem Zaun, du Scheiße, du Arsch! Ja, deswegen. Geh weg von dem Zaun, ey! Geh weg von dem Zaun! Noch ist nicht alle Tage Abend. Ich hab noch ne Überraschung. Überraschung? Oh! Wir gehen in Orlen! Pass auf, der ist hinten auf der anderen Seite! Auf der anderen Seite! Da hat sich teleportiert! Boom! Komm auf dem Dach! Ruf mal an der anderen Seite! Die Sniper ist aber auch mal kacke! Oh Gott! Dammit! Mikrofon muted. Mikrofon activated. Ah, der hat nen Herr Krabbel! Ach, der hat nen Krabbel! Ah, Mr. Krabbel! Du da viene Ajax! Du 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 du! Ach leck, 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 leck! Du 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 du! Was� 60?! Hab's denn Den Mund um nie mehr? Me he 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 he! Ich hab der Drefarbe auf den disruption, made one cabeza. Nyeborough. Ist das Auto-Aim 3000 da rausgegangen? Mit Gaming, was war bei dir los? Ich habe irgendwann am Anfang die Runde was von Google Headshot gehört. Und ich schaue gerade Darlow zu und er drückt ab und so, bam, weg ist er. Hauptsache, ich habe Ab Goro gekriegt. Das wäre so schön gewesen mit dem Teleport, hätte ich Darlow da noch erwischt. Das war voll doof, das Graffiert jeder im Zaun, der fliegt die Tauben in den Mund. Das ist ja voll langweilig.